ein alle erneutungsbestände heute mit mir hier zur begrüßung und natürlich wie immer mit Maximus EA und auch ein halbiges hallo zu meinen Arten geht schon mal los ich glaube jetzt nicht viel rum bei dieser Folge jetzt auch trainieren nein wir sorgen jetzt hier ein Secret Map Atrium die zeige ich euch jetzt alle mal ja Max Max läuft mir vor und Tupetik ja und wirklich und dann sprintet er gleich weg genau hier geht's hoch doch ja und ich komme nicht hoch in der Glocke ich darf es jetzt irgendwie aber es ist mein Feldtag ich komme auch mal ich konnte ganz oft auch schon ich glaube ich bin sehr stark das glaube ich nie so lange war ich sein auch kommen dann geht das dann auch die Strasse ist das ich glaube ich hätte sich mal drauf und darf es nicht sehr gut Du darfst nicht so nah an der Wand sein. Meinst du? Okay. Oh, er hat sogar recht gehabt. So, ja, und hier mit meinem epischen neuen Computer, na gut, neuen Computer auch nicht. Ich habe mehr RAM, das heißt jetzt nicht mehr so viele Lags, nicht mehr so viel aufhängen. Dann, ähm, Lags werden auch weg sein, weil ich eine neue Grafikkarte habe, wie der GeForce, ähm, 650, 650, und ja, ich bin jetzt hier mit, ja gut, 60 FPS komisch. Manchmal geht es über 200 FPS, komischerweise jetzt hat es eine Aufnahme, also, also, ja, stimmt. Aber trotzdem ist das eigentlich relativ schnell noch. Ich habe jetzt momentan schon 75. Ja, wir waren eigentlich gestern, oder heute eigentlich auch noch, äh, zusammen, war ich zusammen mit Max, äh, war ich bei Max, und da haben wir dann unseren Computer ein bisschen umgebaut. War ein bisschen kurios, man das Netzheil musste man leider ein bisschen präparieren, was es in das kleine Häuser gepasst hat, ein bisschen stützen und dann mit einer, mit einer Lüsterklemme erstmal ein Zeuge anbringen. Und ich kack jetzt gleich zum Anfang, man geht schon mal ab. Oh mein Gott. Leider Genius. Äh, ja, nee, es war jedenfalls ein bisschen kurios in den Netzheil. Weil das Gehäuse von sein, der PC als ziemlich klein ist. Ansonsten läuft es ganz jetzt ohne Probleme. Ja, und der hat es auch einen geilen Computer. Hm, willkommen im Club der Geilen PC-Wesitzer. Ja, wohl, das sagt man natürlich zu allen, Leuten, die, ein wirkliches Gehundeschen PC haben. Die, die ihn schlechter haben, die sollen sich jetzt schämen. Nein, nein. Nein, nur Clemens Abonnenten, meine nicht. Ja, nee, aber, äh, was wir als erstes mal für eine Frage haben, ist, wir wollen ja einen Film machen. Ich kann das auch sagen. Ich hab das Gefühl, ich verkenne das Video, also. Soll ich das sagen? Ja, gut, sag's. Ähm, also, ich hab, aua, du kleiner Junge hier, du kleiner Spastel-Homo. Nein, 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 das passiert, wenn du dich mit dir anlegst. Ähm, nämlich ist die Sache, wir wollen einen Film machen, also FinCraft 99 und ich, und, ähm, ja. Diese Geschichte basiert auf, sozusagen, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, es gibt sozusagen, also ich hab ja bestimmt schon mal früher gesagt auf den Videos, dass hier Team Elementar, ja, das ist unser Team für unseren Server, und der Server, was soll, basieren auf dem Film. Und dieser Film ist allgemein einfach, ähm, sozusagen, dort leben, also, es gibt, dieser Planet sind keine Mon-, keine Menschen, sondern einfach nur Monster. Diese schönen kleinen Minecraft-Monster wie, was weiß ich alles, die Spider. Yay! Was machst du da wieder? Och, ich freu mich gerade einfach nur über die kleinen Minecraft-Monster. Und das Skeletten zum Beispiel. So gesagt hast. Und die beherrschen, die, das ist zum Beispiel der Planet, einfach so. Und, ähm... Au, brenn mich nicht, schlag mich nicht. Ähm, und... Ja, sozusagen die Anführer von dieser Organisation, na gut, Organisation dieser, diesen Monstern, sind die Elementarlords. Ähm, und wer jetzt denkt, Feuer, Wasser, Sand, Erde, hat vielleicht ein bisschen recht, aber es gibt noch viel mehr. Ja. Und, ähm, natürlich sind wir total unkreativ als Let's Player, und uns fallen einfach keinen Namen ein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Max, Max macht gerade wieder das Selbstgespräch mit sich. Nein, natürlich nicht. Also, wir wissen einfach nicht genau, wie die heißen sollen. Sagt uns doch mal, ähm, noch ein paar, macht uns doch mal ein paar Vorschläge für die Hand von den Filmen, oder? Ja, also ich kann euch auch schon mal sagen, also Schatten und Licht bin ich, ja. Sozusagen habe ich auch schon früher genannt. Ähm, also ist das, das ist weg. Dafür braucht er keinen neuen Namen zu finden. Ähm, hier der gute alte Finkrafter braucht aber noch einen Namen. Ähm, der heißt nämlich, ist nämlich... Ey, weswegen brauche ich einen Namen? Ja, also, wie wüsste ich nennen? Finky, oder was? Ich habe ja Elektrizität, von daher. Ach nee, du kannst dich einfach Clemens nennen, das reicht. Ja, sag ich doch, ich nenne... Ähm, und das... Ah, da ist das Zeichen gesmacht. Und, ähm, ja. Ja, also, er ist Elektrizität, das ist... Braucht also auch keinen neuen Namen mehr. Doch einfach mal. Hallo. Au. Runter von mir, du perversling. Oh, jetzt ja. Ähm, ja. Und ich kann euch, wenn der liebe Finkrafter mich auch dann mal in Ruhe lässt kurz, ähm, die anderen... Die anderen... Ich kann euch meine Haare aufnennen. Junge, was machst du da immer so homomäßiges? Warst nicht hochkriegen. Ähm... Dann wird mein Abonnent schon schwindlig. Was? Dein Abonnenten wird schwindlig? Dann wird mein Abonnenten wird schwindlig. So. Au! Jetzt müsste er raus sein. Nein! Ja, ich bin ehrlich. Ähm, und die anderen... Ich hab wieder gewonnen. Die anderen, ähm... Ja, schön gesagt. Die anderen Elemente sind zum... Zum einen Erde und Stein. Also das ist ein Element. Und das ist männlich. Sofern... Lieber am besten einen männlichen Namen. Für dieses Element. Es könnt... Ihr könnt jeden einzelnen Namen reinschreiben, den ihr wollt. Was weiß ich... Japanische, chinesische, deutsche... Englische Namen. Ach so, einfach so. Okay, ja. Irgendwelche Namen einfach, die passen und die auch gut klingen. So jetzt nicht sowas wie Hanswurst. Ja. Ähm, dann gibt's noch Luft. Dann gibt's noch Feuer. Dann gibt's noch Eis und Wasser. Das sind sozusagen Schwestern. Äh, Luft ist auch weiblich. Feuer ist weiblich. Äh, Eis und Wasser sind... Ich hab echt das Gefühl, dass alles bei dir weiblich ist auch ein bisschen. Weil, das ist die Scheiße. Ich bin so unkreativ. Ich bin so unkreativ. Ich hab einfach keine Lust. Männer. Ja, rot, den machen wir mal ein paar männliche hier. Ja, zum Beispiel, äh... Die Männerrechte sind zwar schon wieder unterdrückt, ne? Schall ist männlich. Oh, perfekt. Es kommt jetzt ein bisschen schwul rüber, glaube ich. Naja, ist es ja auch. Ich gehe rüber, komm, insofern sage ich das mit den weiblich, weiblich, weiblich. Geh, ne? Dann gibt es noch... Dann gibt es noch die gute alte Schwer... Oh, wir zocken, noch mal eine Runde, es macht. Ah, hier, komm, komm, Arena. Ach, nee, das geht nicht, da sind nur noch ein Platz frei. Komm, wir tun einfach Stoneholds zocken. Dann gibt es Schwerkraft eben. Ähm, dann gibt es Magnetismus, dann gibt es die Natur, also so Pflanzenleben, Bäume wachsen lassen. Ganz witzig. Ach, ja, Schall belegt momentan wahrscheinlich unser guter alter Tatze. Ja, gucken wir mal einfach, ja, ist... Da ist aber noch nicht ganz sicher, der ist ein bisschen durchgetreten, gerade in der Zeitung. Zumindest, dann gibt es noch, dann gibt es noch, ähm, dann gibt es noch die, ähm, noch ganz zwei andere, nämlich die heißen Eimer, gibt es die, das Element Zeit und das Element, ähm, Leben. Ja. Hä, echt? Ja, Leben und Zeit. Kann ich selbst jetzt noch nicht. Das hab ich dir gesagt. Ja, wo bist du? Ja, gut, ich merk mir aber nicht alles, was du sagst. Äh, zumindest, ja, es wär nett, weil wir ja so unkreativ sind, äh, wenn ihr für uns da mal gucken könntet, was ihr für Namen dafür ausdenken könnt, weil, wie gesagt, wir sind Let's Player, wir sind das Unkreativste, folgt dieser Erde. Was redest du für ein Scheiß? Und man ganz ehrlich ist, Let's Player sind gar nicht unkreativ, naja, ich schon. Die denken, die Let's Player schon wieder Let's Player, das ist doch, das ist doch wichtig, like a genius. Scheiße, jetzt hat der Fette, fuck it. Fette Arsch, wolltest du gerade fette Arsch sagen? Fette Arsch, fette Arsch? Fette Arsch? Ne, das war ich fette Arsch, so schwer, das ist genau gleichzeitig kaputt gegangen. Oh, Junge, das kann man jetzt wieder, oh Gott, du sagst, gerade auf mir. Oh mein Gott, ich mein, Junge, was kann ich für dieses Spiel, was kann ich dafür? Das ist nicht verkakt aufs Spielerprogrammierer als Rekling. Pervers. Pervers, Pervers. Äh, das klingt, 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 das klingt so. Oh, der ist ein perversling, oh my God. Max hat keine Ideen nur das stimmt doch über die Aktion die Säge der Säge der Säge der Säge nicht inkonsistent einerseits Sachsen das ein bisschen andererseits nicht das ich habe kein Wort verstanden ein Sachs einerseits dass das das ähm Scheiße es hat mir ein das Wort vergessen es darf nicht wahr sein schlecht schlecht die ich in den jürgeln kann man ein neuer ein bisschen kleiner schwuchtel er hat sie ja das kann man ja schon was das ist du persönlich kannst das vergessen jeder nein nein das gibt's doch nicht ich bin so schlecht ja du hast ja noch ein leben wow das hört dir jetzt erst auf scheiße wo hast du den rocket launcher wieder her ein paar schlack attacken dann schließen wir ich gewöhne dich gewöhne dich einfach an nein 32 schaden durch einschlag wie viel schaden macht er noch mal das macht schon einen schlag meiner meinung nach 16 schaden wenn ich nicht hier bin aber ich meine 16 schaden 32 alter so das war jetzt gut scheiße der arsch lebt noch sozusagen ein zweites leben ja wer sich wundert das ist sozusagen wenn wir ein jetpack finden kann das ein wirklich das leben retten also nur sagen wir dazu meistens das ist sehr unwahrscheinlich dass man da nicht abkommt sehr unwahrscheinlich es ist sehr unwahrscheinlich dass man mit dem jetpack abkommt wo bist du du warst für mich für eine kurze Zeit lang ich habe ich habe dich mit dem schneeball rausgeschossen ich habe dich mit dem schneeball rausgeschossen Junge so schnell kannst du mich nicht ab so schlecht der lebt noch wie kann der noch leben das ist so ein krass ich bin eh fisch nein ich bin Maximus ich überlebe sowas ich überlebe nie eigene dummheit sofern und dann könnt ihr auch mal ähm in die chat in den chat schreiben ähm in die chat schreiben was magst du schon alles weiblich in was in die chat schreiben in die chat schreiben ich hab gar nicht hey warum ist alles bei mir weiblich warum ist alles bei mir weiblich ich hab doch gar nicht die chat gesagt ja doch dein computer hast du gestern gesagt die computer und so weiter ja das kann ich ganz stimmen nein 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 das kann ich ganz stimmen das glaube ich dir nicht nee nein verhofft nicht ne 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 Junge schreib mal rein das magst du ja perversling schreibst mal unten rein in die commis komm ich bin kein perversling das ist ne lücke nein nein schatze und du hast verloren also Leute ihr könnt auch gerne mal in die chat schreiben äh ne äh unten in die comments schreiben hättet ihr gedacht dass ich hier noch gewinne hättet ihr es wirklich gedacht naja gut also Leute ich würde es sagen dann würde ich schon wieder Schluss machen für diese Let's Play Folge ja aber es ist es nicht mehr vor allem ein bisschen zu vertreten ich denke mal den guten Maximus auch immer an mir hat es gerne gefällt und Prozent wegen dieser YouTube blöden YouTube-Förer würde ich sagen wir machen jetzt Schluss wir können ja vielleicht noch einen anderen im Nachhinein aufhören dass wir jedes Mal bei jedem Let's Play eine Firma hätten diesmal war es jetzt schon bei YouTube das letzte Mal waren es die Telefonanbieter die dran gekommen sind mir gefällt das irgendwie sehr das Konzept so immer eine Bu-Firma wir haben gar nicht über äh stimmt es gibt es gibt immer mehr es gibt echt genug Firmen die man hast wollen wir das machen ich weiß nicht ob das nicht ey ey v-vor vor vor letztem Mal Gamer ja ok also diesmal kommt auf jeden Fall ist alle nochmal Gamer dran da hast du ja recht ja also zumindest und dann komme nochmal ich dran weil ich nämlich zu abgekackt bin wir können jetzt nochmal später über das reden also damit würde ich die sehr schöne Folge jetzt beenden und ich hoffe sie hat euch gefallen und wir sehen uns später in Videos Tschüss